Da kommt noch ein Hahn, ne? Ein grüner, gelb Flügel, ja? Ein grüner mit gelbem Flügel, ja? So. Ne, bist du ein Hahn? Und das sagen wir mal nur, nicht ganz sicher, ne? Nicht ganz sicherer Hahn, ne? So, ganz wenig hast du auch von den Mädeln an dir ein bisschen Nasenlöcher, ne? Ja. Ja. Hallo. Aber ein ganz ruhiger, ne? Doch, du bist ein Hahn. Ich sag, Hahn zu dir.